Machen das Redstone nach oben. Und haben wieder Platz in unserer Kiste. Was? Kiste. Ich hab zwei Kisten. Okay. Wo auch immer du die her hast. Die hast du mir gerade da in meiner... Du hast gerade gecraftet und mir dann in mein Inventar getan. Aber was unterstellst du mir denn hier? Das ist ja ganz schön entfarben. Sei doch. Eben. Sei doch froh, dass ich dir überhaupt irgendwas graf. Was? Was ist denn das für eine Sortierart? Ach, Emmes. Muss ich dir denn alles beibringen? Dunkel. Oh, da ist ein Zombie. Da ist ein Zombie. Zombiöse der Stall. Hast du die hier angebaut? Ja. Um Baumfarmen zu machen? Ja. Okay. Äh, vielleicht sollte ich mal den Minimal wieder wechseln. Jetzt hab ich's am Kopf. hee, hee, hee. Sporen. Das ist aber schlecht. Ich gebe dir die Sporen. Das klingt falsch. Das klingt sehr falsch. Ja. Jihau. Ich bin froh, dass du das gesagt hast. Ja, dieses Let's Play hat schon ein bisschen was von Brokeback Mountain. Für Arme. Oh ja. Jetzt habe ich das also gekocht. So, weitere 28 Weizen. Plus 63 from my side. Plus noch Samen. Samen hätte ich auch noch da. Wieso machst du jetzt Brote? Brote. Damit wir was zu Kalle haben. Zum Kalle. Zum Kalle. Wir bräuchten Guck mal in die Anwerkstation. Da liegen 32 Brote drin. Brote. Brote. Aber ich brauche ja noch was ganz Andreas. Was denn? Nie wieder Fisch essen. Jetzt pass mal auf. Alter, was ich dir jetzt hier auf diesen Landstreifen hier zaubern werde. Ja. Okay. Bäm. Alter. Ullai. Keine Ahnung was, aber Ullai. Krass. Ganz hinten rechts. Auf dem neuen Stück Feld. Okay, wir haben ein neues Stück Feld. Ja. Ach so, die Kartoffeln. Ja, Mann. Aber ich nehme sie noch mal raus und stelle sie ganz nach vorn. Ha, 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 ha. Da kenne ich nichts. Ja, sonst muss er so weit laufen. Richtig. Korrekt. Du hast das sowas von gut erkannt. Ja, aber du, weißt du, du bist ja der Fleißigste hier. Ja, wahr. Ja, genau. Wen bin ich? Bestimmt. Wir haben noch rohen Fisch. Okay. Oh, warte mal. Wenn wir schon hier sind, kann ich mir ja schon mal nochmal die Angel nehmen. Auch noch. naja, willst du das Brot ohne was drauf essen? Willst du mir ein Fischbrot machen? Ja, ein Fischbrötchen. Allerdings gibt es, ja gut, es gibt nur Fischbrot. Wir stellen uns einfach vor, es wäre ein Brötchen. Ist ja immerhin ein Weizengebäck. Genau. Fisch. Na. Nicht Fleisch. Na. Fisch. Na. Fleisch. Na. Na. Fleisch. Da fällt mir doch gerade ein, da fällt mir in diesem Zusammenhang folgender Einfall ein. Ich besuchte doch neulich dort einen Baum auf dem Meer. Und dieser Baum glaubte der unglücklichste Baum der Welt zu sein, weil ihm sein Laub ins Klo gefallen ist. Hm. Hm. Dann habe ich ihm gesagt, freilich bist du schlechter dran, weil dir dein Laub ins Klo gefallen ist. Aber es gibt Bäume, die sind noch viel schlechter dran als du. Die haben noch nicht einmal Erde. Geil, oder? Ne, das ist echt schlecht. Muss ich dir echt mal sagen. Sehr schlecht parodiert? Ja. Ja. Okay. Dann setze ich mich jetzt in mein Boot und fahre weg. Was willst du eigentlich mit dem einzelnen Baum? Mit dem Baum will ich gar nichts. Sondern? Der Baum kann da meinetwegen stehen bleiben. Der tut mir ja nicht weh. So wie du! Was? Ich möchte nur mal eben was, äh, abfarmen, was wir brauchen könnten. Okay. Erinnere mich doch bitte mal daran, dass ich immer mal wieder auftauchen muss. Tauch auf. Danke. Hätte ich jetzt glatt vergessen. Tauch auf. Tauch auf. Tauch auf. Tauch auf. So, macht man's. Auf, tauch auf, tauch auf. Tauch jetzt auf. Tauch, tauch jetzt auf. Tauch, tauch jetzt auf. Nicht? Nein. Ja, doch. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Ich hab doch gesagt, ich werd Rapper. Ja. Ich werd Rapper. Nee, lass das lieber. Oh, komm, ich will nur noch ein... Weißt du, was wir mal machen sollten? Äh, äh, erst mal auftauchen. Wir sollten vielleicht mal eben den Sound wechseln hier. Das ist nämlich nicht so schön, wenn man hier nur die ganze Zeit die bösen Sachen hört. Ach komm, gehen wir noch einen weiter. Was haben wir denn da am Angebot? Papa Fio Music Invisible Tears. Deh, 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 deh. De, 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 deh, was? Okay, alles gut. Hm. Da ist er ja. Na toll. Kann ich jetzt noch eigentlich... Oder mach hier? Lauch mal schneller. Danke. Ich schwimmt, du Arsch. Hol das Boot. hol, hol das Boot hol, hol, hol das Boot hol, hol das Boot alles gut bei dir? natürlich tja nein ok weißt du wie schön das ist? ohne Sound zu fischen ich muss alles auf das Ding gucken möge es dich hypnotisieren, mein Freund ha 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 oh, MS was hast du denn hier veranstaltet, Mann das ist ja unfassbar keine Ahnung, aber ja, ich war es definitiv warst du das ja, ja, ja ich war das weißt du, was wir jetzt machen? pass mal auf hier wenn man eigentlich nicht wiederhole, nicht in einem let's play let's play macht nicht geh mal ganz kurz raus mich stört das mit dem Sound dass ich keinen Sound hab der MS hat sich tatsächlich verabschiedet, ohne mit der Zucke zu wimpern das ist ja unfassbar mit der Zucke zu wimpern ja Mann, herzlich willkommen zu let's play solo Minecraft ja nein, nein, nein MS74 hat sich gerade eben verabscheut ja, ich hab kein Bock mehr und hat mir eben im Übrigen auch geschrieben über Whatsapp dass er keinen Bock mehr hat ja, das stimmt knarrt knarrt und das macht mich sehr betroffen aber eigentlich auch wieder nicht oder doch oder nicht oder nicht ach, es sind immer so Gewissensbisse, die mich dann plagen, weißt du, MS? ja oh, das dauert ewig bis das Notpack geladen ist ja, MS hat das Spiel beendet ha, ha, ha voll Depp, was? Katze nein, ich muss dir beenden drei Stück drei Schittuk oh ja gut, es gibt unfucking fassbar ja, ich find's immer schön dass du mir voll ins Wort fällst ich kann ja nicht ahnen wann du anfängst zu quatschen ich schere dir jetzt auch mal einfach so ins Wort rein Falldorf ja, mach ich auch das werde ich sofort guck mal, da bin ich wieder siehste ich kann meine Sätze aussprechen ha, 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 ha Sound ich hab Sound du hast Sound? ja, ich hör dich laufen oh lei oh, ne Tür oh, ne Tür ach, mein lieber MS mein lieber MS mein lieber MS Kartoschki nee, Kartoschki Kartoschki Tuka ha, ha, ha ha, ha ha, ha ha, ha das ist alles meins nicht erwachsen nicht erwachsen auch nicht auch das aber das nicht das nicht ach man werd endlich erwachsen was okay, der war einigermaßen der hatte schon was ja ich würde jetzt nicht sagen dass er einen Anflug von Intelligenz hatte aber irgendwie doch schon nein doch okay aber nur weil du es bist naja, hallo ist ja wohl das Mindeste was ich erwarten kann ja didel didel dim didel dim didel dim ach, Toschki ja so langsam läuft's doch, oder? ja, so langsam läuft's hab ich nicht ja irgendwie einen Block ich brauch noch irgendwie einen Block boah, ich hab keinen Block alter, das ist nicht mehr normal mein Block, mein Block mein Block, was? ich hab sowas von keinen Block was? was, kein Block? ja, Mann irgendwas vergessen einzupflanzen nein ich werde jetzt übrigens mal hier die neben die Seite auch noch nutzen weil das mit den Kartoffeln dauert ja noch ein bisschen ja, aber lass die lass der Kartoffel trotzdem noch die Luft zum Atmen und so natürlich guck mal die Kartoffel kriegt sogar ein bisschen Licht das kümmert die Kartoffel nicht scheiße, das geht nicht okay, was können wir denn an dem Haus noch verbessern? hallo hoi dich rausschmeißen da war ich ich war gerade dran aber das funktioniert nicht das funktioniert nicht was denn? ich brauch leider Holzblöcke dafür äh scheißendreck alter weh doch, wir haben Holzblöcke ja, ich hab keine aber ich aber ich aber ich aber ich stein ja, das können wir aber heute nicht machen diese Tür pop pop wer braucht schon so blöde Tische ja man feel real das sieht gut aus das lassen wir so stehen und hier machen wir einen samenfreien Ficus hin ach, das geht auch nicht aha na toll wir haben zwei Stahlblöcke wo kommen die denn her? haben wir aus einer Kiste gesammelt okay ba da 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 hey, alles leer, alles leer ist leer? ist leer ist leer ey, dann würde ich doch mal sagen wir verarbeiten noch ein bisschen hier euch und noch ein bisschen mehr Platz haben ja, ja verarbeite du okay ich bin scharf auf die Monster jawoll Monster Drops zack damit kann ich doch mal arbeiten jetzt Skeletti scharf auf die markingen scharf auf dievaccin öffnet